Heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das die Zusammenführung Natur und Geisteswissenschaftlicher Phänomene beschreibt. Die Autoren zeichnen dabei ein neues, revolutionäres Weltbild. Es erstaunt mich immer wieder, welche Synergieeffekte ein interdisziplinärer Dialog entwickeln kann. Der erste per E-Mail geführte Dialog des Mathematikers Klaus-Dieter Sittlatzek mit Norbert Wrobel, der gemeinsam unter dem Titel, Leben aus Quantenstaub, veröffentlicht wurde, führte unter anderem zu der Erkenntnis, woher der von der Mainstream-Physik nicht erklärbare Überschuss an positiver Energie bzw. Materie im Universum stand. Um es populär auszudrücken, die Überschussenergie, die es nach dem Energieerhaltungssatz eigentlich nicht geben dürfte, existiert deshalb in unserem Universum, weil sie, geborgte Energie, ist, die aus Vakuumfluktuationen stammt, deren Rückzahlung bzw. Ausgleich bis ans Ende der Zeit auf sich warten lässt. Im neuen Dialog gibt es wieder spannende Ergebnisse für den Leser. Obwohl Sittlatzek selbst nicht im Fachbereich Mikrobiologie zu Hause ist, konnte er in Zusammenarbeit mit Norbert Wrobel doch etwas entdecken, was ein Mikrobiologe, der ausschließlich sein Fachgebiet kennt, vielleicht nicht gesehen hätte. Je mehr Sittlatzek über das Verhalten und das Leben von Mikroben las, desto mehr faszinierte ihn die Mikrobiologie, und Fragen tauchten auf, für die Mikrobiologen offenbar noch keine Antwort gefunden hatten. Nehmen wir zum Beispiel die sogenannte Mondmilch, die Forscher in den Tiefen einer Tiroler Eishöhle entdeckt hatten. Jeder Tropfen dieser Mondmilch enthält eine riesige Menge an Mikroben, eine Lebensgemeinschaft, von der man sich kaum vorstellen kann, wie deren Mitglieder es schaffen, unter den extremen, dunklen und frostigen Bedingungen der Höhe zu überleben und sich zu vermehren. Gut, manche der Mikroben mögen als Nahrung für andere dienen. Doch es gibt einen Anfang der Nahrungskitte. Wie schaffen es die Mikroben, die am Anfang der Nahrungskitte stehen, zu überleben und sich zu vermehren? Wo kommt die Energie für ihren Stoffwechsel her? Welche informationsverarbeitenden Prozesse sorgen dafür, dass sie überleben können? Und eine Frage, deren Beantwortung Settler-Zegg besonders interessiert, erfüllen die für das Überleben notwendigen informationsverarbeitenden Prozesse womöglich die Kriterien einer rudimentären Form von Bewusstsein? Wenn ja, dann hätte das weitreichende Auswirkungen auf unsere Vorstellungen von der Entwicklung des Lebens, der Phylogenese. Ich denke die Autoren haben Antworten gefunden und Norbert Wrobel hat daraus sogar eine Theorie geformt, die nun jeder nachlesen kann. Mehr zum Thema finden Sie in dem neuen Buch von Norbert Wrobel und Klaus-Dieter Settler-Zegg mit dem Titel, Quantenbewusstsein. Der Untertitel lautet, natürliche Grundlagen einer Theorie des evolutiven Quantenbewusstseins. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.